Circuit steht heute rauf. Das bedeutet, du machst eine Übung, sofort folgt die nächste Übung, darauf folgt sofort die nächste Übung, darauf folgt sofort die nächste Übung. Und erst dann, erst dann machst du eine Pause. Darum geht es hier. Das heißt, wir machen verschiedene Übungen hintereinander weg und erst dann machen wir einen Break. Da holen wir alles raus aus deinem Körper. Wir wollen, dass dein Herzschlag richtig oben ist, okay?